Nachdenkseiten Die kritische Website Das ist eine Phantommitte, unter deren Mäntelchen sich die Täter als Retter ausgeben. Verantwortlich Albrecht Müller Die Bundestagswahl am 24. September ist, wie erwartet, seit Wochen ein zentrales Thema in den Medien. Doch der Meinungskorridor in der Berichterstattung zur Wahl ist eng. In den politischen Talkshows, den Nachrichtensendungen und in dem, was als Analysen angepriesen wird, findet oftmals nur eine sehr oberflächliche Auseinandersetzung mit den Wahlen statt. Die Nachdenkseiten nahmen diese Beobachtungen zum Anlass, ein Interview mit dem Kieler Wahrnehmungs- und Kognitionsforscher Prof. Rainer Mausfeld zu führen. Mausfeld, der dafür bekannt ist, mit einem kritischen Auge auf Politik und Herrschaftsstrukturen zu schauen, sagt im Nachdenkseiten-Interview unter anderem, Regierung, Regierungsparteien und Medien betreiben einen großen Aufwand, um unseren Blick auf die gesellschaftlichen Realitäten zu trüben und zu verstellen. Das Interview führte Markus Klöckner. Herr Mausfeld, bald stehen die Bundestagswahlen an. Welche Partei den Kanzler stellen wird und welche Parteien miteinander eine Koalition bilden werden, ist abzusehen. Positiv könnte man sagen, gut, die politische Mitte wird das Land weiter regieren. Wie sehen Sie das? Bevor wir uns zufrieden auf die eigene Schulter klopfen, weil wir glauben, die bestmögliche Vertretung zur Sicherung unseres Gemeinwohls gewählt zu haben, sollten wir einen etwas genaueren Blick auf die Realitäten werfen. Aber das ist leider nicht einfach. Wie meinen Sie das? Regierung, Regierungsparteien und Medien betreiben einen großen Aufwand, um unseren Blick auf die gesellschaftlichen Realitäten zu trüben und zu verstellen. Was ist denn die Realität? Die schlichte Realität ist, dass gerade diejenigen, die bislang den Kurs bestimmt haben, all die ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme und Krisen ausgelöst haben, für die sie sich nun als Retter anbieten. Das heißt? Die Zertrümmerung des Sozialstaates, die massive Ausweitung eines Niedriglohnsektors und die Prekarisierung von Lohnarbeit, die gewaltigen Steuerentlastungen für Reiche und Konzerne, die Preisgabe des Staates an die Finanzmärkte, den Verfall von Infrastruktur, das finanzielle Strangulieren öffentlicher Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Kindergärten oder Schulen, die Disziplinierung und Entmachtung des Parlaments durch die Exekutive, der Ausbau eines Überwachungs- und Sicherheitsstaats etc. etc. Die durch diese politischen Weichenstellungen hervorgerufenen gesellschaftlichen Probleme wurden nicht nur durch angebliche Naturgesetzlichkeiten des globalisierten freien Markts hervorgerufen, wie es uns immer wieder gesagt wird, sondern bewusst und absichtlich durch die Interessen und den Konsens neoliberaler transatlantischer Machteliten, also in Deutschland durch konkrete Entscheidungen der regierenden Kartellparteien CDU, CSU, SPD und Grüne. Kartellparteien? Die traditionellen Volksparteien haben sich seit den 70er Jahren, also mit Beginn der neoliberalen Revolution, grundlegend gewandelt, weil ihre gesellschaftliche Verankerung in dem Maß schwand, wie sie sich die neoliberalen Ziele zu eigen machten. Sie haben sich daher zur Selbsterhaltung zunehmend in die staatlichen Machtapparate integriert. Je mehr die Bindung an die traditionelle Wählerschaft schwand, umso stärker haben sich die Parteispitzen untereinander verflochten. Das brachte für die großen Parteien den Vorteil, dass Wahlniederlagen an Bedeutung verlieren, da sie staatliche Ressourcen und Posten weitgehend unabhängig vom Wahlausgang untereinander verteilen können. Mit der zunehmenden Lösung der Parteispitzen von der Parteibasis kommt der Basis nun vor allem die Funktion von Cheerleadern bei Wahlen zu. Dieser Parteienwandel ist empirisch gut studiert. Der renommierte Parteienforscher Peter Mayer prägte für diesen neu entstandenen Typus politischer Großparteien den Begriff Kartellpartei, der die Sache treffend auf den Punkt bringt. Und diese Kartellparteien, also die CDU, CSU, SPD, Grüne und nicht zu vergessen die FDP, haben die von ihnen genannten Folgen absichtlich herbeigeführt? Ja, natürlich. Es sind Folgen sehr konkreter und bewusster Entscheidungen. Es gehört gerade zum Charakter von Kartellparteien, dass sie bei politischen Entscheidungen nicht mehr den Präferenzen der Bürger verpflichtet sind, sondern den Interessen relevanter Machtgruppierungen, also ökonomischen Interessen von Konzernen und Reichen sowie geopolitischen Interessen transatlantischer Eliten. Schon die Formulierung »Notwendigkeiten des Marktes« ist ja nicht mehr als eine verklausulierte Formulierung. Für Die Bedürfnisse der besitzenden Klasse Das mag recht abstrakt klingen, lässt sich jedoch anhand der konkreten Parlamentsentscheidungen belegen. Das Abstimmungsverhalten der Parteien im Parlament zu den genannten Beispielen lässt sich ohne allzu große Mühe zurückverfolgen. Gleiches gilt für politische Entscheidungen über die Osterweiterung der NATO, die Förderung von völkerrechtswidrigen Kriegen als Mittel der Politik, von Kosovo bis Libyen und Syrien, Waffenexporte an Saudi-Arabien, die Militarisierung der EU etc. etc. All diese Dinge sind ja gut dokumentiert. Die eigentlich drängende politische Frage ist also nicht, wer nun von den Kartellparteien der sogenannten Mitte die Regierung bildet, sondern warum angesichts all der systematisch und absichtsvoll angerichteten Zerstörungen zivilisatorischer Substanz der weit überwiegende Teil der Wähler immer wieder gerade diejenigen Parteien wählt, die genau für diese Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich sind. Was sind denn die Gründe? Die Gründe sind vielschichtig. Systematische Desinformation durch Regierung, Kartellparteien und Medien, systematische Erzeugung sozialer Ängste in der Bevölkerung und natürlich die in erster Frage angesprochene Ideologie der politischen Mitte. Diese vorgebliche Mitte ist jedoch nicht mehr als das Banner und die Tarnkappe des neoliberalen Konsenses. Sie stellt als wesentlicher Teil der neoliberalen Revolution von oben eine extremistische Position dar. Extremistisch? Ja, extremistisch in ihrer Demokratieverachtung und extremistisch in ihrer Verachtung für alle Ideen einer solidarischen Gemeinschaft. Was sich hier als Mitte deklariert hat, mit historischen, ohnehin schon weitgehend inhaltsleeren Konzepten einer politischen Mitte nichts mehr gemein. Das ist eine Phantommitte, unter deren Mäntelchen sich die Täter als Retter ausgeben, bislang offensichtlich recht erfolgreich. Was meinen Sie mit Phantommitte? Mitte ist ja eigentlich ein Begriff, der positiv besetzt ist und mit Gefühlen von Harmonie und Stabilität einhergeht. Nun beruht der Siegeszug der neoliberalen Revolution von Beginn an darauf, vertrauten und positiv besetzten Begriffen wie Reform, Flexibilität, Freihandel oder Stabilität eine neue Bedeutung zu geben und auf diese Weise das Denken so zu blockieren und zu vergiften, dass die gesellschaftlichen Folgen dieser Revolution geradezu als naturgesetzliche Notwendigkeiten eines globalisierten freien Marktes erscheinen. Schon Globalisierung und freier Markt sind jedoch bloße Verschleierungsbegriffe. Sie bezeichnen ideologische Truggebilde, die mit den Realitäten nichts zu tun haben. Sie sollen im Gegenteil die Realitäten geradezu verschleiern, Da aber dennoch in der Bevölkerung trotz massivster Indoktrinationsbemühungen die Folgen der neoliberalen Zerstörung von Gemeinschaft spürbar werden und zu großen Verunsicherungen führen, ist es für den Erfolg neoliberaler Programme wichtig, das Empörungs- und Veränderungspotenzial in der Bevölkerung wirksam zu neutralisieren. Blair und Schröder haben sich ganz gerne des Begriffs der Mitte bedient. Das haben sie in der Tat und zwar, um ihre neoliberale Agenda der Aushöhlung und Zerstörung demokratischer und sozialstaatlicher Substanz voranzutreiben. Übrigens wäre dies nicht ohne massivste propagandistische Hilfe der Medien möglich gewesen. Heribert Prantl hat 2005 das eigentlich offenkundige offen ausgesprochen. Zitat Diese Agenda war auch Ergebnis einer publizistischen Großkampagne, wie sie es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben hatte. Zitat Ende Da nun diese Form des politischen Extremismus unter dem Banner der Mitte geschah und geschieht und zudem als Naturnotwendigkeit globalisierter Märkte und somit als alternativlos deklariert wurde, kann es natürlich zum Konsens dieser neuen Phantommitte keine grundsätzliche Opposition mehr geben. Denn schließlich geht es, dem neoliberalen Konsens, bei politischen Entscheidungen nur noch darum, möglichst rationale und effiziente Problemlösungen zur optimalen Anpassung an die Zwänge globalisierter Märkte zu entwickeln und diese dann der Bevölkerung als unbequeme Wahrheiten zu vermitteln. Demokratie wirkt da als Störelement, oder? Demokratie ist damit natürlich nicht verträglich und wird folglich als eine Form der Marktstörung angesehen. Um solche Marktstörungen zu vermeiden, wurde nun alles, was grundlegend von der Phantommitte abweicht, als irrational oder gar extremistisch bezeichnet. Propagandistisch besonders wirksam erweist sich eine Neufassung des historisch ursprünglich positiven besetzten Konzeptes des Populismus, mit dem gegenwärtig die neoliberalen Kartellparteien der Phantommitte jede Form eines grundlegenden politischen Dissens zu delegitimieren suchen. Die Propagandakonzepte Mitte, Alternativlosigkeit und Populismus sind also auf das engste miteinander verbunden und dienen der Stabilisierung des neoliberalen Programms. Sie führen den Begriff Populismus an. Zu bestreiten ist doch nicht, dass es Akteure gibt, die ein feines Gespür dafür haben, was so mancher Bürger hören möchte. Eifrig bedienen sie unter anderem rechtsradikale und fremdenfeindliche Ressentiments, um Applaus zu ernten. Alle Parteien zielen opportunistisch darauf, Wählerstimmen zu gewinnen und bedienen sich dabei einer populistischen Rhetorik, zielen also in ihrer Wahlwerbung auf Gefühle und bedienen sich unzulässiger Vereinfachungen. Diese populistische Komponente ergibt sich bereits aus dem gegenwärtigen Standardmodell der kapitalistischen Elitendemokratie, in dem den Bürgern die Rolle politischer Konsumenten zugewiesen wird. Aber es gibt auch Unterschiede im Populismus. Unterschiede gibt es natürlich in dem Ausmaß, in dem explizit oder indirekt über politische Maßnahmen fremdenfeindliche und kulturrassistische Ressentiments zum Ausdruck gebracht werden. Das heißt, man denke an die Kampagnen gegen die faulen Griechen oder an andere kulturrassistische Ressentiments, wie sie beispielsweise gegen Araber im sogenannten Kampf gegen den Terror oder in der EU-Wirtschaftspolitik gegenüber Afrika zum Ausdruck kommen. Oder das, was Emanuel Wallerstein die Ethnisierung der Arbeiterschaft nennt, durch die Strukturen der Ungleichheit gerechtfertigt werden sollen. Die kulturrassistische Komponente ist also viel tiefer in unserer Gesellschaft verankert, als uns die Karteiparteien suggerieren. Leider sind die öffentlichen Sensivitäten für solche Ressentiments bereits parteipolitisch verzerrt. Nehmen wir, um nur ein Beispiel zu nennen, die Hetzkampagne Anfang der 90er Jahre von Wolfgang Schäuble und anderen Politikern der CDU-CSU gegen die Asylantenflut. Es ist erstaunlich, wie konsequent diese Hetzkampagne und der Zusammenhang zwischen den Äußerungen Schäubles und den sich anschließenden Gewaltexzessen aus dem öffentlichen Gedächtnis verdrängt wurde. Die Haltungen der Kartellparteien zu expliziten oder indirekten kulturrassistischen Ressentiments sind also sehr viel weniger eindeutig, als uns diese Parteien mit dem Ziel suggerieren, ihren Anspruch auf Alternativlosigkeit noch einmal zu unterstreichen. Wo und wie wird der Begriff Populismus denn nun zu einem Propagandakonzept, wie sie es sagen? Genau in dem Bemühen der neoliberalen Kartellparteien der Mitte, sich in jeder Hinsicht als alternativlos zu erklären, und zwar ökonomisch wie auch für eine Abwehr des Rechtsradikalismus. Daher müssen entsprechende Ängste geschürt werden, Ängste vor Verschlechterung des eigenen Status Quo und Ängste vor Parteien am rechten Rand. Diese Ängste lassen sich dann nutzen, um jede Form grundlegender Kritik am neoliberalen Konsens zu diskreditieren und zu neutralisieren. Da die AfD den neoliberalen Konsens teilt, sehen die Kartellparteien ihren Hauptfeind berechtigterweise auf der Linken. Denn ernsthaft linke Positionen zielen ja gerade auf die Wurzeln gesellschaftlicher Probleme und somit auf Alternativen zur neoliberalen Zerstörung gesellschaftlicher und ökologischer Lebensgrundlagen. Insbesondere sehen sie das Menschenbild, das dem neoliberalen Programm zugrunde liegt, als zutiefst antihuman und pervers an. Was bedeutet das? Da die sozialen und psychischen Auswirkungen der neoliberalen Organisation von Gesellschaft immer deutlicher zutage treten, müssen die neoliberalen Kartellparteien alle Formen einer kollektiven Organisation linker Kritik diskreditieren und zersetzen. Dazu eignet sich der Kampfbegriff des Populismus offensichtlich recht gut. Man erklärt einfach alle grundlegende Kritik an der neoliberalen Mitte als populistisch und verklammert dabei linke Positionen mit rechtspopulistischen. Corbyn mit Le Pen oder Trump, Ideen einer solidarischen Organisation von Gemeinschaft mit ausgrenzenden, kulturrassistischen und nationalistischen Handlungen. Durch diese Verklammerung will man vor allem linke Personen diskreditieren. Der Kampfbegriff des Populismus, der sich vordergründig gegen rechte Positionen richtet, zielt tatsächlich also auf linke Alternativen zum neoliberalen Konsens. Innenminister de Maizière hat dies ja jüngst noch einmal klar erkennen lassen. Zurück zu den Wahlen. Wie blicken Sie denn auf die bevorstehenden Wahlen? Sie sind weitgehend eine Art Polit-Entertainment und Zuschauersport und wurden übrigens historisch mit der Etablierung von Elitendemokratien genau als solches konzipiert. Sie lockern den politischen Alltag der politisch entmündigten Bürger auf und vermitteln ihnen die Illusion, dass sie in relevanten Fragen irgendetwas zu entscheiden hätten. Und das ist nicht so? Nein. Wer sich an diesen illusionären Gefühlen etwas mitentscheiden zu können erfreut, mag den Wahlen mit Spannung entgegenfiebern. Wer ernsthaft an Alternativen zur lähmenden Alternativlosigkeit interessiert ist, muss sich wohl andere Wege suchen, seinen politischen Präferenzen Ausdruck zu verschaffen. Denn die relevanten politischen Entscheidungen werden in der marktkonformen Demokratie nicht durch die Präferenzen der Bürger bestimmt. Empirische Untersuchungen zeigen vielmehr, dass die Präferenzen der weit überwiegenden Mehrzahl der Bürger überhaupt keinen Einfluss auf politische Entscheidungen haben und die Wahlentscheidung somit politisch konsequenzenlos ist. Daher ist es wenig überraschend, dass EU-weit das neoliberale Programm demokratisch nicht mehr abwählbar ist. Wer sich also im Status quo mehr oder weniger behaglich eingerichtet hat und beruhigt ist, dass bislang die Konsequenzen der neoliberalen Zerstörungen überwiegend von sozial oder geografisch fernen anderen zu tragen, wird den Wahlen gelassen entgegensehen. Wer sich damit nicht begnügt hat, völlig unabhängig vom Wahlausgang, Grund zur größten Beunruhigung. Anmerkung der Redaktion Am 22. Oktober 2017 kommt Prof. Rainer Mauswelt zum 28. Pleißweiler Gespräch, das dieses Mal in Landau stattfindet. Beginn der Veranstaltung ist 13.30 Uhr. Der Veranstaltungsort ist im Gloria-Kulturpalast, Industriestraße 3 bis 5. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und Soundcloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe. Vielen Dank.